So, hallo erstmal zu unserem 12. Teil unseres Garten-Telz-Playthrough. Immer noch in der Welt Theatarn. Mal gucken was uns diesmal erwartet. Oh. 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 Oh, die Map habe ich gehasst. Ich habe mal gespielt. Ja, es gibt schon mal manche Map-Stil spielt man nicht so gern. Haha. Oh, okay. Oh. 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 Das geht nur auf, wenn ich stehen bleibe. Da hin. Weißt du, dass ich immer alles einsammeln muss. Ich muss den vielleicht noch hinwerfen. Okay, hier kommt Frank. Auf der Seite. Das sieht so aus. Ja, die Rätsel sind ja meistens so schwer. Ich dachte, da wäre ein geheimer Gang oder so. Okay. Oh, was für eine Fake-Panne, ey. Oh, was für eine Fake-Panne? Na ja, aber klar, noch eine Side-Quest. Ich bin! Oh, was für eine Fake-Panne? Oh, was für eine Fake-Panne? Jawohl! Ist der schon tot? Ah, da kann man noch... Komm her! Noch mehr! Komm her! Komm her! Nur 14 Stunden, alles klar! Ja! Ja Gott, was habe ich schon nachgeräusche gehört! Voll! Wir gehen mit dem Loot! Couch! Arsch! Boah, hier war ja so ein Ding! Solche Brunnen, wenn ihr findet, da könnt ihr immer leben oder generieren! Natürlich ganz praktisch, so ich da durchs Minenfeld gelaufen bin! Ja, hier ist teilweise echt alles so verbingelt! So... Ich habe euren Ra... Ach komm, der hängt an dem Scheiß. Ja, an der Stelle war es das dann auch schon in unserem heutigen Video. Danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.